Musik Jedes Jahr im Frühjahr findet er statt, der SKS Mountainbike Marathon in Sundernhagen. Bei diesem Event nehmen 1600 Teilnehmer die 30-, 55- oder 100-Kilometer-Strecke unter ihre Räder. Ungeachtet der Streckenlänge wartet auf alle Biker eine richtige Herausforderung. Hat der Regen im Vorfeld doch ganze Streckenabschnitte in rutschiges Terrain verwandelt. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Applaus 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 Musik Musik